Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, was weiß ich. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Quantum Conundrum. Wir spielen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das überhaupt ist, aber wird sich zeigen. So, die Blockparty der Roboter steht an. Okay, ich bin gespannt, wo wir da eigentlich hängen geblieben waren. So, heute, ob wir jetzt hier wissen, auf jeden Fall ist hier jede Menge Wissenschaftsaft. Toll. Äh, irgendwie ruckelt das gerade sehr. Ähm, wir gucken mal, ich hoffe, dass das jetzt besser wird, ansonsten haben wir da ein Problem. Ähm, padam, padam, das wäre ärgerlich. Okay, wir gucken mal. So, mein PC macht gerade irgendwelche Faxen, die irgendwie nicht schön sind. So, Alter, ist das mal gut hier. So. Ähm, ja. Okay, hier passiert was. Hier werden... ...Akene hintergejagt. Und dadurch, dass... ...dieser Strahl hier unterbrochen wird, ...schieben diese Viecher hier alles rum. Das heißt, wenn wir jetzt mal in die Schwere, die wir uns gehen... Achso, dann weiß ich gar nichts, klar. Ähm... ...guck mal... ...weil ein Blick auf diesen Aktivationsbeam. Na, 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 na. Oh, okay. So. Okay, gut. Die schieben einfach alles da runter. Wir müssen ja irgendwie da runter. Was ist denn das hier? Ah, guck. Hier sind die, die wir aufmachen können. Okay, okay. Vielleicht wird gerade es da ein bisschen umlaufen, wenn wir jetzt gleich mal so ein bisschen hier auf Zeitlöp machen. So. Und uns dann hier mal frech die Kisten wegschnappen. So. Und die auch. Zack. Wo ist die andere? Da. Die liegen dann hier hin. Wieso springt die eine da oben rum? Das geht mir auf die Nerven. Das ist einfach mal cool. Toll, das hat ja prima geklappt. So. Jetzt ist die Tür offen und dadurch kommen hier die Bieste raus. So, es ist nicht okay, was jetzt passiert. Ah, okay. Wir wollen aber natürlich, dass die da irgendwie durchkommen. Das heißt, wir gehen mal auf Zeitlöpfe. Und versuchen. Ah, ich müsste irgendwie erst in so eine leichte bekommen, damit ich den erst da wegziehen kann. Oder ich kann von hier, nee, es wird auch schwierig. Also irgendwie muss ich da oben drauf kommen. Das wäre, glaube ich, schon echt von Vorteil. Die komme ich hier am besten hoch. Eine Fluffy Dimension. Das ist irgendwie lame. Wenn ich hier reinspringe, dann laufen die ja schon los. So, dann schubst du die den Typen da weg. Warte mal. Ich könnte mir natürlich... Nee, ich komme ja gar nicht hoch. Das ist der Zeitlupe hier. Ich habe noch keine Lösung für das Problem. Weil hier komme ich ja so spontan. Das ist auch nicht hoch. Ich könnte natürlich... Moment. Wir machen noch mal fest hier. So, den Apolle haben wir einfach mal abgeschrieben. Aber ich kann hier auch nicht drauf stehen. Ich glaube, das ist ein bisschen gut. Ich weiß, die ne? Nee, nee. Gut. Hopp, hopp, hopp. Ah, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ich kann höchstens auf die Zeitlupe machen. Der 3 hier. Und dauernd die Kisten weg, die da zwischendurch. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Wenn das auch tierisch lange dauert. Moment. Stopp. Meine Kiste. Wusch. Und meine Kiste. Wusch. Jetzt habe ich erst mal wieder rufst du die nächste Kisten. Komm mal. Halt. Und wieder weg. Wir müssen noch nie versuchen, dass der Typ mit seinem Tresor hier durchkommt. Nein. Weg damit. Ah. So, und weg damit. Und auf ein neues. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das das hilft, was ich mir davon gehofft habe. Ein bisschen muss er noch. Oh, das geht mir nicht zu schnell. Bleib hier. Zuck. Und du auch. Komm her. Ah, Kiste. Zack. So, jetzt sind wir da. Jetzt mache ich ihn wieder langsam. Denn jetzt fällt der hier gleich hier runter und dann kann ich darüber hüpfen. Das ist meine Idee. Das klappt, ist eine andere Frage. So. Wusch. Oh je, ist das eine gute Idee, die ich da hatte? Yikes. Yikes. Ah, hat funktioniert. Prima. So, jetzt gehen wir mal hier hoch und gucken, was wir oben so Schönes finden. Ah, da ist Ike. Ike hat für uns die Fluffy, dein Mensch. Danke. So. Ikei Boy. Oh, der sieht traurig aus. Was ist los mit ihm? Haben wir ihn beklaut? Ike. Oh. Nein, er hat schon wieder explodiert. Wow. Wusch. Weg ist er. So. Wir wollen wahrscheinlich da hinten rüber, würde ich fast schätzen. Ähm. Wie kommen wir da am besten rüber? Vermutlich. Und nehmen wir jetzt dieses Mal hier unten. Was macht denn Fluffy? Okay, wenn wir Kaffee machen, dann ist alles leicht. Ah, ich habe hier mal eine Idee. So. Wir müssen... erst mal gucken, was hier hinten los ist. Wir müssen hier hinten los. Wir müssen hier wieder ein bisschen rüber. Wir müssen hier wieder ein bisschen rüber. Dann machen wir ein bisschen Fluch wieder Menschen und klauen den Typen hier mal die Kiste runter. Hä? Ah, da. Danke. Zack. Und das machen wir jetzt nochmal. Cool. Sammeln jetzt einfach mal hier so ein paar Kisten. Dann kann ich die als Treppe nehmen. Das ist mein Plan. Gib mir eine Kiste. So. Hey. Was? Nein, nein, nein. Du Gatschern hier. Wie viele brauche ich wohl? Eins, zwei, drei, vier... Oh, könnten ruhig so zehn sein, ne? Guck mal. Guck mal. Oh, meine Kurs. Ah, jetzt müssen wir den ganzen Schmuh gleich nochmal machen. Gerade schon warten. Um da hinten rüber zu springen. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Dafür müssen wir erst mal diesen hier machen. Dip, 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 dip. So. Warte mal. Kann ich denn überhaupt? Ja, kann ich. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, will ich jetzt vorhaben. Äh, den hier wollte ich noch haben. So. Und jetzt wollte ich... Nee, das klappt nicht. Das schaffe ich so nicht. Das schaffe ich so nicht. Ich muss einmal zumindest einen hier rüberkriegen. Also wieder Happy Dimension und immer Zeitrufe und wegwerfen. Oh, nein, 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 nein. Uh, cool. Das war knapp. Ja. Ach so, zuerst. Ah, da kommt er schon. Das ist gut. Den müssen wir da haben. So. Mehr davon. Nicht schmucken, habe ich gesagt. Zack. Ich komme nicht dran. So, jetzt zack. Und wir weiter. Das könnte passen, aber das Risiko ist mir zu groß. Komm her, gib mir die Kiste, gib mir die Kiste, gib mir die Kiste. Und gib mir die Kiste auch. Los jetzt, die Kiste. Usch. So, jetzt sind wir bei jedem Fall auf der grünen Seite. Auf der grünen Seite. Always look on the green side of life. So. Jetzt überlege ich. Ich möchte eigentlich einen da oben haben. Ich würde das nicht greifen, den Fluffy hochgeschmissen hätte. Mal gucken. Auf jeden Fall interessiert mich jetzt schon die Fluffy, dein Mensch. Ach so, die kann ich ja hier rüberwerfen, oder? So, jetzt machen wir das mit der Kiste rein. Oh. Zu sch... Ihhh, das könnte aber noch nicht. Ah, nein, verdammt. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Wo bin ich denn hier überhaupt? Da ist gerade der traurige Ike. Da tut mir ein bisschen leid. Traurige Ike. So. Okay, dieser Versuch ist es einfach anders. Ich nehme diesen Tisch hier, schmeiße ihn. Ich gehe direkt in die Zeitlupen-Dimension. Und ich merke, dass ich dafür... Eigentlich hätte ich so hochwerfen sollen. Oh, jetzt ist noch so ein Tisch. Ich glaube, Tisch eignet sich recht gut dafür. Ähm. Yikes. Oh, nein. Uff, scheiß Tisch. Ähm. Ich bin da jetzt irgendwie wieder hoch. Tisch, du solltest mich eigentlich mitnehmen. Äh, was? Dammit. Ja. Aber da ich ja jetzt die Fluffy der Menschen habe, kann ich hier hinten einfach einen Tisch mitnehmen. So einen Hickhack wie gerade brauche ich ja gleich zu machen. Da-dam. Da-dam. So, jetzt zeige ich mir, wie ich das gerade vorhatte. Ich habe das gerade ungefähr so vor. So, Zeitlupe. Spring. Spring. So, hatte ich das da oben auch vor. Da-dam. 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 Oh, die Regale sind auch in der Fluffy der Menschen nicht sehr leicht, okay. So, was machen wir jetzt hier auch? We might have the table, Miss. Ich bevorzuge gerade Tische für meine Reise. Yikes! Tschüss! So, Dankeschön. Und die Tür geht auf. Und das Ganze bitte schneller. Danke. Es gibt Worte hier. Habe ich das erwähnt? Oh, warte, warte. Ist das Lindt? Ein Fussel. Ein Fussel. Ein Buch. Henry Huracht. Okay, das hatten wir schon. Ja gut, er hat ein Fussel entdeckt und wir machen mal weiter hier. Oh, was ist hier los? Der Sprung ins Ungewisse. Ich weiß nicht ganz, ob mir das gefällt. Sprung ins Ungewisse. Wir müssen springen, offensichtlich. Da muss irgendwas drauf liegen, ja? Das war so. Es sieht, dass hier ein Dolly ist, der uns ein bisschen... Das stimmt. Ich brauche doch keine Roboter-Kenntnisse um einen Dolly. Das ist die Compression-Platform wieder. Das stimmt. Toll, danke. So, so, wie war das noch? Festmachen? Leichtmachen? Festmachen? 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 So, wo war das. Hallo, Ike. Oh, Ike. Ich mag Ike. Ike ist eigentlich nett. Ich will Ike als Haustier haben. Vor allem will ich... Jetzt habe ich eine Zeitlupe hier, damit ich da rüberkomme. So, was ist denn hier Schönes? Hier sind natürlich die ich definitiv nicht durchkomme. Was macht das? Okay, ich ahne was. Boing. Zeit ist definitiv der Essenz hier. So, was passiert jetzt? Jetzt muss ich hier hinten rüber. Oh, da spuckt ein Dolly mit Sachen. Aber ich glaube so weit springen kann ich auch nur wieder nicht. Oder? Oh man, von da ist auch ein Dolly. Okay. Ah, okay. Das könnte klappen. Oh, nein. Jetzt weiß ich so, dass die hier Sprung ins Ungewisse heißt. Oh, war doch gar nicht so schwer. Hier ist wieder so eine Scheiß-Compression-Plattform. Was mir wiederum sagt, dass hier ein Dolly sein muss. Dankeschön. Oh. Perfekt platziert, würde ich sagen. Ein Stückchen runter. Mhm. So. 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 Das ist wahrscheinlich nur der Weg wieder rauf, wenn ich runtergefallen bin. Deswegen gehe ich schnell wieder rauf und dann geht er weiter hier. So. Dann da Druck. Und dann muss ich mal auf E drücken. Und dann mal auf 3, damit ich weiß, was hier überhaupt passiert. Äh. Ach so. Jetzt muss ich davon wieder rüber. Gut. Das kann ich verkraften. Jetzt ist das Ding nicht gleich runterfällt. Aber ich glaube, da gibt es nichts zu befürchten. Guten Tag. So. Dann das da drückt. Und wieder Kuh. Das macht wenigstens, wenn man gerade einen Marathon läuft. Äh. Pff. Ja. Das mag sein. Wow. Okay. Hier gibt es noch einen Knopf. Warum? Da ist ein Dolly. Der spuckt da hinten so ein paar Sachen drüber. Ah. Ich ahne fürchterliches. Das ist doch wieder so eine Timing-Geschichte. Da bin ich doch raus. Ähm. Okay. Jetzt werde ich hier gerade eingeladen, eine Runde Karten zu spielen. Ähm. Ich würde sagen, ich versuche dieses Rätsel noch schnell. Und danach werde ich wohl wieder Karten spielen müssen. Ähm. Uno. Das ist ganz witzig. Äh. Ne. Gar nicht Uno. Monopoly als Kartenspiel. Monopoly Millionär Deal oder so heißt das. So. Jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, was der Dolly hier macht. Ja. Ja. Halt. Wir müssen umsteigen. So. Und ab dafür. Wow. Puff. Ja. Gut. Wo wir gerade schon mal hier sind, würde ich sagen, legen wir den hier auf den Schalter. Und öffnen wir die Türe. Dankeschön. Jo. Geschafft. Gespeichert. Damit war es doch schon wieder für heute, würde ich fast sagen. Und äh. Ich nehme einfach das nächste Mal weiter auf. So. Ich gehe jetzt. Uno. Millionär. Deal. Kartenspiel spielen. Ach. Monopoly. Ich sage immer Uno. Kartenspiele habe ich irgendwie immer Uno im Kopf. Naja. Vielleicht ändert sich das bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann.